Wir sind mit Matthias Schloh im Studio Hamburg unterwegs und haben jetzt wieder unser berühmtes Schnelli-Schnelli und das ist eure Aufgabe. Nennt mir in 15 Sekunden Hunde-Rassen. Matthias fängt an. Schnelli-Schnelli. Bulldogge. Dackel. Jack Russell. Berner Sennhund. Schäferhund. Schiwabba. Pudel. Irish Setter. Dobermann. Neufundländer. Bernardina. Königspudel. Kuhwasch. Na? Na? Tief? Tief? Ha! Dobermann zählt noch! Dobermann zählt noch! Du hast verloren und Herr Schloh hat gewonnen. Aber nur weil unser Gast ist. Aufmerksamkeit beim Talk der offenen Tür.